Jo Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Geschichte auf diesem Kanal. Ich möchte euch gerne berichten, was die Helden in der Zwischenzeit gemacht haben. Heute geht es um neue Gebiete, aber zuerst muss ich ausgerüstet werden. Für die Ausrüstung braucht man Kupfer und Zinn. Kupfer wurde von dem einen Held gefarmt und Zinn von dem anderen. Zinn und Kupfer findet man nur im Dunkelwald. Dementsprechend mussten die Helden eine Brücke bauen, um einen Fluss zu überqueren. Durch den starken Holzmangel musste die alte Base verkleinert werden. Und einer der Palisadenumringungen musste weichen. Nachdem sie das Holz aus den Palisadenwänden genommen hatten, konnten sie das Kupfer und das Zinn einschmelzen. Nachdem sie alles eingeschmolzen hatten, musste noch eine Metmischung gesund hergestellt werden. Und danach stachen sie in den See. Sie fuhren weit, bis sie in das Sumpfland kamen. Und an der Stelle geht es beim nächsten Mal weiter mit der Geschichte. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Denkt an das Giveaway und habt einen schönen Tag.